Ja Freunde, die Kacke auf TikTok ist mal wieder anders am Dampfen, denn es gibt Beef zwischen Capital Bra und Barello. Wie fing alles an? Naja, schon vor Monaten hat Barello Ansagen gedroppt gegen Capital Bra, da gab es ein Hin und Her, zeige ich euch gleich einen kurzen Ausschnitt von. Aber Capital Bra hat sein Comeback angekündigt und er schießt wohl in seinen neuesten Songs gegen Arafat Abou-Chaka, der damals sein Label-Boss quasi war. Capital Bra war ja bei Erstguter Junge mit Bushido, Arafat, ihr wisst, Manager, 50% ging irgendwie an ihn und er ist jetzt zur Zeit auf TikTok, sein neuer Schützling ist Barello und so ist halt dieser Beef entstanden. Ich zeige euch jetzt ganz kurz den Ausschnitt aus seinem Disc-Track gegen Arafat Abou-Chaka und dann chronologisch der Reihe nach, wie alles weiterging und warum Barello jetzt mittlerweile Todesangst hat. Also auf entspannten, zurücklehenden Hasen, let's go! Aber Brotte, kein Problem, wenn ich Krieg fahre, besiehst du mich im X7, hinten rechts mit Kriegswaffe, wenn sie keinen Grund brauchen, muss ich auch keinen Grund haben. Wenn ich will, mache ich ein Album in fünf Tagen, sie verlieren ihr Gesicht mit 50 Jahren, weil sie bei TikTok gleich rumgelassen. So, ihr habt's gehört. Sie verlieren ihr Gesicht mit 50 Jahren, weil sie bei TikTok gleich rumgelassen. Ja, ne, der Arafat geht ja sehr oft live mit Barello, mit Momo News, mit diesen ganzen anderen Protagonisten, die halt auf TikTok, sage ich mal, den Alltag gestalten. Aber damit endet der Ausschnitt nicht. Hört weiter. Komm, ich schmick euch, egal wie ihr mit Nachnamen heißt. Ich brauch kein gepanzerten Jeep, da keiner von den Bastarden schießt. Ich glaube, ihr mit Nachnamen heißt. Das ist halt eine Art indirekter Front an alle Großfamilien, ja. Ihr kennt diese ganzen bekannten Namen. Und er sagt im Endeffekt, egal wie ihr heißt, egal wie hart ihr tut, keiner von euch schießt am Ende des Tages. Ja, ne, das ist alles nur warme Luft, die ihr da aussprecht, die ihr da ballert über TikTok. Wenn ihr weiß, oft für die und die Fans, komm, ich schmick euch. Seid hoch. Hier bei Miss Schneider geht's los, ab dann jede Woche. Nur für euch hab ich mir. Das hat das Ganze quasi zum Rollen gebracht. Was war aber vor paar Monaten? Woher diese Historie zwischen Kapital Bra und Barrelo? Leute, Kapi, sauer auf mich. Hör mal zu. Guck mal, hör genau zu. Mit dieser Frau, über die redet. Leute, ich hab da gar nicht geredet, der hat Kei geredet. Guck mal, der ist sauer auf mich, Kapital. Jetzt hab ich bei den Schauer vier Kinder, zehn Jahre zusammen. Mich juckt es null, ob du Filme hast oder was. Leute, Kapi, sauer auf mich, obwohl ich nichts gesagt hab. Das hat Kei gesagt. Warum? Er geht auf mich, ja Wallah. Ich hab mich entschuldigt. Guck mal, es ist mir egal, was du sagst. Wir beide sehen uns auf jeden Fall. Wir beide sehen uns. Es ist mir egal, was du einsiehst. Es ist mir scheißegal, was du für einen Schaden hast. Ich sag, ich seh meinen Fehler ein und so. Er geht trotzdem auf mich, Leute, ja. Wallah, Leute. Kapi, bitte, ja Wallah. Ich hab schlechte Gewissen. Ich hab Angst. Außer vor Pater hab ich nicht Angst. Das war in der Vergangenheit. Jetzt startet das Ganze von Neuem. Einige munkeln, dass Arafat Abou-Chaker Barrello vorgeschickt hat, dass er sich um die Sache mit Kapital Bra kümmern soll. Aber wir bieten Spekulationen hier keinen Raum, die erwähnen sie nur. Jetzt genießt die Show, was seitdem alles vorgefallen ist. Wann? Heute. Wo? Insta. Niemals. Bild, Zeitung muss berichten. Okay, ganz kurz. Sag Wallah, er hat dich gedroht. Wallah. Warum? Was hast du wieder gemacht? Nix, aber wegen früher. Also ein anderer Rapper hat Ansage an ihn gemacht. Er trost sich nicht an ihn, er geht auf mich. Obwohl ich nichts gemacht habe. Obwohl ich mich entschuldigen wollte. Und jetzt hast du Angst vor Kapi? Er hat mir gesagt, egal wen du holst. Warte, Leute. Niemand kann dir helfen. Ich will Angst haben. Du hast Angst vor Kapi? Muss ich nicht? Nach dieser Drohung? Mach mal einen Boxkampf gegen Kapi. Komma, lass ihn zu Beginn. Nehmen die das Ganze noch relativ mit Humor. Mach einen Boxkampf gegen Kapi. Und Kapi hat halt auch angedeutet, mir ist egal, wer dein Rücken zurzeit ist. Denn jetzt ist Barellos Rücken, munkelt man, Arafat Abou-Chaker. Also der Abou-Chaker-Clan. Kapis Rücken war es damals auch, bis er anfing mit der Polizei zu kooperieren. Hier, hier, warte, warte, hört noch ein Audio. Wollt ihr noch ein Audio hören? Ja. Bruder, alle, 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 Bruder, alle, alle, die einmal geblägt haben, die einmal im Maul aufgemacht haben, Bruder. Ja, ich küss da dein Herz, Bruder. Schöne, schöne Grüße an alle. Ich freu mich. Ich hab gesagt, wem willst du alles erwähnen? Bei wem willst du alles Disstrack machen? Egal, wer. Was da ging, dann bitte melden. Kein Problem. Hier. Und ihr merkt, die Leute sind am Zittern. Denn Kapi war sehr, sehr lange ruhig, hat sehr, sehr lange nichts mehr von sich hören lassen. Und er will sein Comeback mit einem miesen Album, mit miesen Disstracks starten. Und einen kleinen Ausschnitt habt ihr ja schon gehört. Und er meint, jeder Einzelne, der mal gegen ihn geschossen hat, wird auf diesem Track, auf diesem Album, wie auch immer ihr es nennen wollt, gedisst. Und davor haben die Leute Angst. Mehr als Promo ist sowas nicht. Ich verstehe nicht, warum die Leute Angst haben. Ja, okay, es gibt Menschen wie mich, die dann ankommen und auf diesen Song eventuell reagieren und dann bei den expliziten Ausschnitten ausrasten und sagen, Boah, er hat ihn gefickt. Hätte er das zu mir gesagt, ich hätte ihn ein Tango angezogen und auf Wodkaflasche gesetzt. Ja, natürlich. Aber das sind halt nur kurzzeitige negative Momente, die man dann erlebt. Unterm Strich, im Grunde genommen, ist das noch eine schicke Sache, wenn man von einem Capital Bra gedisst wird. Man ist quasi verewigt auf einem seiner Alben. Und das ist mehr, als viele andere da draußen jemals erreichen könnten. Aber weißt du, wisst ihr, wo er mich richtig verletzt hat? Alle Tippen, alle Tippen, alles. Wo er sich noch live war, mit jedem live gegangen ist. Alles vom Tippen. Zeig mal, dass die Küche. Mit wem ist er live gegangen? Mit jedem, außer mit mir. Aber du hast doch viel über ihn Ansagen gemacht und so. Ja, weil ich verletzt war. Aber diese Ansagen waren ohne Grund. Nein, weil er mit mir nicht live gekommen ist. Aber was hat die Kapi getan? Er hat mit mir nicht live gekommen. Ach, deswegen hast du gemacht? Ich habe andere Ansagen dann gemacht. Aber er will nicht. Doch, er hat gesagt, er will. Er kommt bald mit mir, hat er gesagt. Alles, Mann. Und wer könnte in so einer Situation besser helfen, als ein ehemaliger Skateboard-Kollege? Ihr wisst, Kapi ist damals Skateboard gefahren. Kürtiba hat eine eigene Fahrschule für Skateboardfahrer. Ey, das wäre eigentlich voll das Marketing-Event so. Das wäre eigentlich voll der krasse Marketing-Move. Stellt euch mal vor, er eröffnet Skateboard-Fahrschule. Wie gottlos gut würden die laufen. Dann würde ein ganz neuer Hype entstehen. Genauso wie damals durch Universum Boxing der Boxsport wieder in den Hype geraten ist. Barano, der einzige, der dich reppen kann, ist Kürtiba. Ich kann das, ich kann Kürtiba machen. Sag Wallah. Wallah. Ich schick mir seine Nummer, ich gehe mit dir. Aber Ebo. Ja. Du machst Kürtiba, nicht holst du 700.000 Leute. Nein. Ich mache Kürtiba. Ich meinte, komm, jeder in der Runde. Lasst Kürtiba, lasst Kürtiba machen. Er macht Mieste einfach. Oder Wallah, lasst Barano machen. Ihr wisst, Barano macht Schlimmse an sich. Guck mal. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube schon, dass Kürtiba das regeln könnte mit seinen legendären Sprüchen. Okay, hör dir. Komm, ey, wie ein Eierspiel. Mama, kriegst du den Brei für den Tut. Ja, le brav, wärst du Brei für den Tut, wärst du bei mir gekommen, wo ich gesagt habe, komm. Und du hast mir öfter gesagt, komm, 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 lass treffen. Schick mir Standort und so, Wallah. Ey, hallo, Barano, er kann dir gar nichts machen, Wallah. Ich kenne ihn sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Er kann dir nichts machen und er wird dir nichts machen. Was ist der Landsmann, dieser Junge? Natürlich spielt es eine große Rolle, was für ein Landsmann er ist. Deswegen fragt Kürtiba ja auch nach. Denn wenn er irgendetwas Gefährliches sein sollte, wie Tschetschene oder Albana, dann wird sich Kürtiba zurückziehen und das anderen überlassen. Wenn er aber irgendwas anderes sein sollte, wo jetzt der Ruf nicht gerade dafür spricht, dass man mit 5000 Mann ankommt, um die Sache zu klären, dann ist Kürtiba natürlich am Start. Denn lieber meine Mutter weinen, sondern eure Mutter weinen. Der ist doch nach Dubai aus. Er ist in Berlin, er ist in Berlin. Er hat mir gesagt, komm, lass treffen. Okay, sag ihn ja, ich komme mit dir, sag ihn ja. Er hat gesagt, hol, wenn du willst. Na, was, wenn er mir was antut? Ich bin doch bei dir. Ey, was für ein Schießer du bist, ja? Soll ich mich umziehen? Soll ich nach Berlin kommen? Ja, Wallah, komm. Ich komme mit dir, Wallah. Schreib ihn. Sag ihm, komm. Er wohnt noch neben dir. Er wohnt hier bei mir um die Ecke. Wallah, er wohnt neben ihm. Der ist doch nach Dubai aus. Sag ihn. Ich küsse deren Herzen. Das ist einfach Unterhaltung pur. Wirklich. Unterhaltung pur. Warte, Leute, warte, warte. Ibu, was sagst du dazu? Ich sag dazu nur, dass, guck mal. Barello muss jetzt Eier zeigen. Der ist 1,90 Meter. Ich gebe ihm einen Granatapfel. Er soll mit dieser Granatapfel auf den Tisch gehen. Am besten, du kommst mit Barello nach Berlin. Und ganz kurz, etwas für zwischendurch, um nochmal ein wenig mehr zu lachen, um zu sehen, was für ein fitner Typ Barello ist. Yalla, gebt euch. Du läufst auf der Straße, zwei Leute kommen, einer schnappt dich, der andere legt Zäppchen bei dir hinten rein. Du machst, aua, was soll das? Hast du Anzeige? Oder wie rufst du an? Ein Zäppchen. Gute Frage. Sag mir jetzt. Arschrein? Zäppchen, Zäppchen, diese große. Wie bei dieser... Aber ich habe eine Frage. Woher weißt du, wie man schreibt, wenn sowas passiert? Das ist gerade mit mir? Mit Dude. Woher weißt Dude, weil er guckt unten. Also, Dude, woher weißt du? Ich glaube, weil Dude ihm gefällt. Hallo, geil. Hallo, geil. So ein Mann, die einfach alles aufnimmt. Bleib mal, sie war wirklich, sie hat sich lecker aufnimmt. Ich finde das halt so geil, wie ihr diese ganzen Leute hopsniftet und die das nicht checken. Also, die checken es schon, aber die lassen es sich nicht anmerken. Aber weiter zur Thematik. Barrello gegen Kapital Bra. Barrello genießt zwar den Schutz von Arafat Abou-Chaka und seiner Familie, aber er braucht noch weiteren, heftigeren Schutz, denn mit Kapital Bra ist nicht zu scherzen. Und da er weiß, dass Kapital Bra ebenfalls bief hat mit seinem nächsten Rücken, den er nach Arafat Abou-Chaka hatte, und zwar den Remmos, ruft er den Clan-Boss Ashraf Remo an, oder einen der Clan-Bosse, und sucht Schutz bei ihm. Gut, ihr habt gerade schon ein bisschen rausgehört, er ist kurz davor zu weinen. Denn es ist eine sehr, sehr heikle Situation. Es könnte jederzeit sein, dass Barrello sich in Tiefschlaf befindet und auf einmal die Augen aufmacht, so mittendrin, weil er Geräusche hört, und ein Kapital Bra steht nachts vor ihm. Und diese Situation will er halt verhindern. Und ausgehend davon, dass das seine letzten Stunden sein könnten, die er lebendig auf dieser Welt verbringt, will er Ali Boumaier seinen TikTok-Account verschenken. Guck mal, ich sage meine letzten Worte. Ali, ich werde wegen Kapital vielleicht nicht mehr lange leben, aber ich will meine letzten Worte sagen. Sag. Dass die auch noch alle mitmachen. Ich weiß, er wird mir was antun. Was sollt ihr antun? Mein Account schenke ich dir. Mir? Danke, Bruder. Sehr nett von dir. Und das Geld habe ich schon rausgeholt. Nein, lass drinnen dann. Was willst du dem Geld, wenn du tot bist? Nee. Kann ich das gebrauchen? Nee, das lasse ich meine Familie. Okay, das ist besser erst für euch. Bruder, wenn du stirbst, wirklich, ich möchte auf jeden Fall deine Janela mitmachen und auch tragen deinen Sarg und auch Gebet machen schon, okay? Ich liebe mich auch. Ja, na, na. Sag Papa, ich habe ihn auch geliebt. Er liebt dich auch, ciao. Ich schwöre es euch, das ist einfach Film. Ich frage mich, so, ich bin doch nicht tief genug in dieser Materie drin. Ich bin doch so ein Außenstehender Beobachter. Aber ich frage mich wirklich, ob die sich zu vereinbarten Zeiten zusammensetzen an so einem Tisch oder in so einem Discord-Talk, ja, oder Zoom-Konferenz und wirklich skriptmäßig aufschreiben. Hm, was faken wir als nächstes? Welche Geschichte verbreiten wir als nächstes unter unserer Gefolgschaft? Womit können wir die Menschen unterhalten? Oder ob das alles spontan entsteht. So, und auch lustig, wie Barrello langsam seinen Respekt vor Arafat und Co. verliert. Schaut mal, wie ihr ihn danach macht. Mein Vertrag? Vertrag? Er wollte seinen Weg gehen. Hör mal zu, er wusste ich. Ja, nix. Es gab Verträge, aber er hat die Verträge nicht mehr eingehalten. Da hat er sich von Samlitz trennt. 48 Rosen, 48 Rosen. Soll ich sagen, warum? Weiter, 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 weiter. Arinazal! Lidzi Versace. Wette mal. Alina, danke. Egal, Wallah, man kann mit euch nicht unterhalten. Jetzt kann ich Arafat verstehen, wenn jeder bettet, ja? Wallah, ich will eine Diskussion führen mit euch. Der größte Bettler, der größte Bettler, Riegel. Du hier, hier! Wallah, Ali ist der Einzige, der zuhört. Erzähl, Barrello, erzähl. Nach mein Zweihitz. Aber um zurückzukommen auf das Kapital-Bra-Thema, das Ganze ging natürlich weiter. Und Barrello fordert von der Bild-Zeitung, dass sie darüber berichten. Denn immerhin schwebt ja sein Leben. Ich hätte jetzt fast gesagt, in Gefahr. Junge, was ist das für ein Deutsch? Es sollte weniger TikTok konsumieren. Egal. Scheiß drauf, ihr Nietzsche. Weiter im Text. Ich rufe Bild-Zeitung, berichte darüber bitte, dass ein junges Lichter fertig gemacht wird. Nein, aber Barrello, ich kann nicht mit dir so sein. So, wenn du Angst zeigst, kann ich mit dir laufen. Ich brauche Löwen. Oh, ich liebe Löwen. Ich liebe Junge. Versteh mich nicht falsch. Aber guck mal, Barrello ist keine Löwe. Er ist Maus. Er ist Maus mit Zähnen. Wenn man Angst vor Kapi hat, dann verstehe ich die Welt nicht. Aber ich gebe ihm doch einen Granatapfel. Der muss doch, damit Männlichkeit muss kommen. Wer kennt nicht die heiligen Granatapfel, die dir Männlichkeit geben? Denn Kürt-Ivo geht nur mit Löwen. Oder weißt du das? Ist das Kurde oder Türke? Ich glaube, in deine Hose. Der ist Ukrainer. Und der Ukrainer hat so stabile Eier? Kapital, wie heißt der? Kapital was? Bra. Aber ich glaube, der ist Kurde. Kapital Bra. Nein, er heißt Kapital Bobuf. Oder weißt du das? Ist das Kurde? Ich glaube, er ist Kurde, weil er Kapital Bra heißt. Kürt ist der Beste. Und der Einzige, der sich bis jetzt noch nicht richtig da zu Wort gemeldet hat, ist Dudy. Ihr erinnert euch dran. Der Typ, der Sandhandschuhe angezogen hat, zum Treffen mit Abu Hamza gegangen ist. Und kurz vorm Aufeinandertreffen sind die auf einmal irgendwie verschwunden. Er stand mit acht Leuten da. Abu Hamza hatte keinen Bock auf diese Art. Und ja, hat einen U-Turn gemacht. Wieder nach Hause gefahren. Der mit den Sandhandschuhen. Das ist Dudy. Wer wird berichten? Ich will blau hacken. Kapi, ich sag dir eine Sache. Lass Borelli in Ruhe, ist besser für dich. Es ist besser für dich. Wallah, ist besser für dich. Lass mich in Ruhe, bevor ich dich auf die größte Wodkaflasche hier in Berlin setzen werden lasse. Auf jeder spitze Gegenstand wirst du sitzen. Du weißt ganz genau, ich weiß alles über dich. Also sei leise und halt dir im Mund. Ja, wissig. Ja, manjak. Ja, junkie. Hast du verstanden? Tja, Alec. Du unloyaler Anscheißer, Zinker. Du Anscheißer, du bist und bleibst ein Anscheißer. Du bist ein Anscheißer, du bist ein Anscheißer, du bist ein Anscheißer, du bist ein Anscheißer. Übertreib man nicht, du hast schon mal. Wallah, ist nicht hype. Er ist ein Anscheißer, er arbeitet mit Dauli zusammen. Mit wem? Mit Polizei. Sorry, Leute. Mit wem? Er hat so viele arabische Wörter, wie da benutzt werden. Mittlerweile bin ich Spezialist. Ich werde Reiseführer in irgendeinem arabischen Land. Dauli. Dauli, wissen wir jetzt, heißt Polizei. Also zumindest wird das da behaupten. Ein Reiziger Mensch. Er ist ein 31er. Er und Bushido nehmen sich nicht viel. Kapi, zieh mal nach Dubai. Geh doch für ihn. Und natürlich sollten wir Mitleid mit Barelo haben. Denn das Ganze wurde zu viel für ihn. Er hatte solche Todesängste. Er hat sich so bangen gemacht. Er hat sich so große Sorgen gemacht um sein eigenes Leben, dass er sogar anfing im Live zu weinen. Brav für den Tod. Alle brav. Er ist brav für den Tod. Er ist bei mir gekommen, wo ich gesagt habe, komm. Oh, Kapi, Junge. Ich kann nicht schlafen jetzt, Junge. Ich kann nicht schlafen. Leute, mir geht es nicht gut. Leute, guckt jetzt. Sollte, ich komme gleich wieder, Leute. Kapi, Junge. Leute, ich komme in 10 Minuten wieder, Leute. Ich höre. Hey, Leute, bitte. Schreibt Bild-Zeitung. Der Jugendliche weint. Er wird gedroht mit Mord, Leute. Warum berichtet keiner? Leute, was ist das? Ja, aber Barello. Eigentlich ziemlich unfair, ich stehe mir vor mir, dass ich hier jetzt grinsend sitze und mich darüber amüsiere. Aber irgendwo habe ich schon Mitleid mit ihm. Irgendwo tut er mir leid. Ich kann das zu 100% nachvollziehen. Und komm, das will ich euch auch nicht vorenthalten. Der Hund in der Welt, der sterben will. Wo ist das heiligst für Menschen? Eine heilige Dings-Tür. Und dann macht er seine Bälle vor diese heilige Dings-Tür. Aber auf Deutsch kann man das nicht rüberbringen. Jetzt habe ich verstanden, was du meinst. Hä, was labert der? Hat deine Sturzeln? Reicht nicht hierher. Kleid, lass mich erklären. Guck mal, was er gesagt hat. Dann macht er seinen Bälle. Siehst du, er heißt nicht mehr Kurt Bälle. Was anderes. Ich habe letztes Mal auch wieder gesagt. Hier, sein Freund hat wieder Spasen. Man sagt, meine linke Hand, die Sonne, die andere Hand, den Mund. Ich werde meinen Weg nicht ändern. Das ist unser Prophet, Mohammed, das hat er damals auch gesagt. Aber diese Maniacs, die verzinnen die Wörter nicht. Warte, der Prophet Mohammed, das wird diesen Hadith gut überlesen. Dein Onkel, Abu Ta'ab. So, und was ist der letzte Ausweg, der einem bleibt, wenn man bedroht wird? Wenn dein eigenes Leben am seidenen Faden hängt? Natürlich die Identität verändern und umziehen in ein anderes Land. Denn nur so ist eure Sicherheit gewährleistet. Mein Mann. It is what it is, Leute. Ich werde umziehen für immer nach Amerika, Leute. Ganz ehrlich, ich habe mein Style geändert. Weil Leute in letzter Zeit, ich habe ein bisschen Content gemacht, Leute. Ansagen gemacht, Kapital, dies und das. Und er hat mich, Leute, beleidigt heute. Und ich bekomme Anrufe. Ich bekomme, ich bekomme wirklich Leute, ich werde gedroht. Ich werde nach Amerika für immer umziehen. Von dort werde ich live machen. Und dort, Leute, werde ich an andere Leute, zum Beispiel, die nicht so gefährlich sind wie Kapital Bra. Weil Kapital Bra wirklich Leute geschickt, die mich töten wollen. Er droht mir mit Mord, Leute. Ich werde nach Amerika gehen. Und dort werde ich ansagen, mach nach 50 Cent an Leute, die harmlos sind, die mir nichts antun. Also hoffen wir, dass es ihm gut gehen wird in Amerika. Hoffen wir, dass er weiterhin so durchzieht. Und er hat vollkommen recht. Da leben natürlich viel, viel harmlosere Rapper wie hier in Deutschland. Mit einem Kapi würde ich mich auch nur sehr, sehr ungerne anlegen. Diamant, Junge. Diamant in meinen Zähnen. Diamant in meinen Uhren. Ich bin der, der Kapitiss und kenne keine Spuren. Ja, Spuren los, werde ich verschwinden. Wenn Kapi zu mir kommt, werde ich in einen... Ja. La Kapi, ya Junkie. La Kusti, ya Maniak. Ey, ohne Wiss jetzt, ja. Er droht mir, ich schwör auf alles. Ich schwöre bei Allah, ich stehe hinter dir. Ich stehe hinter dir. Leute, rufen mich an. Er droht mir mit Mord, Wallah. Ich habe Angst. Ich habe Angst vor meinem Leben, Wallah. Du hast Wallah gesagt. Bei Allah. Bruder, Wallah kann nichts machen. Bruder, ich beschütze dich, Bruder. Ich kenne ihn, Bruder. Ich kenne ihn sehr, sehr gut. Wir kennen uns seit 2015, Bruder. Ich kenne Kapi privat. Ich weiß, wie er denkt sogar. Ich weiß, wie seine Scheiße riecht. Wie riecht es denn? Was? Riecht nach Junkie, nach Junkie. Aber Bruder, warum siehst du so aus wie Wesley Snipes? Ich muss meine Zeit ändern, damit er sieht, ich bin harmlos und so. Weil sonst sehe ich gefährlich aus. Let's do it, man. Let's do this shit, man. What, what, what? Hä? Komm mal kurz wieder, komm mal kurz wieder. Was? Na komm mal wieder, Herr Ustich. Assalamu alaikum. Hey, Juan. How are you? Zeig mal. Arafat, er trägt O-Ringe, er trägt O-Ringe und er trägt, hier, er macht hier Alufolie. Den Grills. Ich will Amerika umziehen. Kapital brad droht mir. Kapital brad droht mir. Wallah, Papalia droht mir mit Mord. Wallah. Herr Ustichweil, lass ihn noch mal reden. Zwei Typen haben mich heute angerufen. Zwei Typen rufen mich heute an, er droht mir, dass er mich finden wird. Komm uns trefft, sagt er nach Berlin. Oder ich komm nach Hannover, sag wo du wohnst, schick Standort und so. Er droht mir mit Mord und so. Ich muss mein Style ändern, ich will komplett nach Amerika umziehen für immer. Was droht er denn mit der Polizei? Nee, mit ein paar Leuten. Warum droht er denn? Ein Vormann droht. Verstehe ich auch nicht. Ist er ein Vormann? 100%ig. Sag, wow, wow. Damit ich glaube. Ja, Wunder ist ein Vormann. Ich sage es, er ist ein Vormann, er ist ein Zinker, er ist ein Janky. Ein 31er. Beleidigen, ich interessiere mich ja an die Beleidigung, aber... Marcelo, weißt du einer Schweiz? Einer, der uns die Akten gezeigt hat und das Aktenzeichen? Ja, die sind Albaner, die sind auf Frankreich. Ja, also wozu, warum soll ich noch schwören? Ja, aber... Hey, Papalante! Was ist denn, Dodi? Warum schreien du... Ich fahre das so sehr, wie er Arafat provoziert und wie Arafat drauf eingeht. Er ist so wie so ein kleiner, kläffender Hund, der immer wieder versucht zu testen, wie weit er gehen kann. Und dann immer wieder die Schläge auf dem Nacken oder auf dem Hintergrund kriegt, weil er zu laut kläfft. Komm mal ein bisschen näher, bitte. Er trägt Ohrringe, Bechat Rabbak, er trägt Ohrringe, beide Seiten. Ich rede doch gerade mit ihm. Ja, okay, Mann! Weißt du was, Alter? Ja? Der Shit hat nichts, Alter. Was? Es hat was, Alter. Du bist der letzte Shit hier, Alter. Ja, ey, das ist... Machen wir einmal so. Das machst du nur, weil du Angst hast, du willst dich verändern, dass man dich nicht kriegt. Ja. Ich will eine Amerikaner Firma umziehen, damit ich komplett andere Seite bin, damit die Leute wissen, dass es nur Kunst, diese Ansagen, was ich mache. Wallah, droht mir. Wallah. Natürlich ist es Kunst. Wenn die Künstler überall dissen und machen und tun, dann sagen sie, es ist Kunst. Du bist doch auch ein Künstler. Aber bei mir nimmt die das Bisse auf einmal, wenn ich... Du heißt ja auch nicht Barello. Die heißen ja auch nicht Kapital. Ja, ist ja auch so. Das ist ein gutes Recht. Wie findest du meine Newszeit, mein, mein, mein? Einer ist die Meinung? Ja. Mach wieder rückgängig und wenn er sich treffen will, sag ihn herzlich willkommen. Reiter, in Berlin. Wie geht's? Oh, Salam Aleikum, der Herr Abbey King. Wie geht's? Ich bin Papa Abi, er ist wichtiger als du, er ist älter als du. Wir finden... So ein... Bei einem der Gründe... Wir machen sogar Fitner zwischen den eigenen Brüdern. Würde mich nicht wundern, wenn die auch irgendwann wie ich miteinander hätte, wegen Barello. Wallah. Komm, Leute, komm, Leute. Papa Abi. Ja. Manchmal schreibe ich deinen Bruder an, aus Versehen aber. Ist das schlimm? Sehr schlimm sogar. Ja? Sehr schlimm sogar. Aber mit Humor natürlich. Hol die Kisum mit. Jeder in eine Rose. Halt die Klappe jetzt, du mit deiner Rose. Geh wie beim Pakistaner Rose kaufen. Barello, geh für zwei Minuten weg. Ich möchte den alten Barello. Komplett den alten Barello? Komplett den alten Barello. Okay. Hat er wirklich Angst? Er hat schwör, dass er Angst hat. Nein, nein, er hat mich dreimal angerufen. Er hat wirklich Angst. Weil irgendwelche Leute ihn anrufen und drohen und du wirst sehen und wir bringen dich um. Das ist halt traurig, Leute. Wirklich. Das ist halt der Punkt, an dem Spaß aufhört. Ja, ich weiß, es gibt Leute wie Kappi und noch viele andere da draußen, die das Internet zu ernst nehmen. Aber wenn jemand als Kunstfigur wie Barello ankommt, der heißt ja nicht wirklich Barello. Wenn der ankommt und so seine Späßchen macht im Internet, viele freuen sich darüber, denn die generieren dadurch Reichweite. Viele feiern es nicht, die verstehen aber auf der anderen Seite im gleichen Atemzug genauso wenig, dass das zu seinem Programm gehört. Dass er als Kunstfigur dafür bekannt ist. Wenn du mit dem Hall des Internets nicht zurechtkommst, dann geh raus aus dem Internet. So ist es nun mal. Du kriegst Kritikvideos, genauso wie Barello Kritikvideos geerntet hat. Du kriegst manchmal auch negative Resonanz, je nachdem wie du dich benimmst im Internet. Das sind alles die Schattenseiten des Influencer-Seins. Und ein Rapper ist auch ein Influencer. Genauso wie wir Influencer sind, genauso wie TikToker Influencer sind. Denn wir beeinflussen meistens Meinungen und Verhaltensweisen von Leuten da draußen. Deswegen verstehe ich nicht, warum solche Grenzen überschritten werden, dass sogar Morddrohungen ausgesprochen werden. Das ist nicht die feine englische Art. Ich feiere das halt zu 0%. Aber da kann man halt auch nichts dran ändern. Ich denke für heute haben wir genug TikTok in uns reingesaugt. Es war wie immer sehr unterhaltsam. Ich feiere es. Es ist aber nur meine Meinung. Schreibt mir sehr, sehr gerne eure Meinung unten in die Kommentare rein. Und all diejenigen, die bis zum Ende dran geblieben sind, ich küsse eure Herzen an. All diejenigen, die noch nicht abonniert haben, abonniert, Glocke aktivieren. Und checkt den angepinnten Kommentar unten ab. Mein neuster Vlog. Ich war auf Mallorca mit Big N zu seinem Musikvideodreh. Es ist sehr, sehr nice. Es ist ein relativ kurzes Video. Danke für jeden Support. Bis dann. Und denkt immer daran, auch in euch steckt ein kleiner Master. Sing me now, sing for the year, sing for the laugh, sing for the tear.